In diesem Video zeige ich Ihnen die Übungen Dips. Hierfür benötigen Sie einen Stuhl. Achten Sie darauf, dass der Stuhl stabil steht und nicht wegrutschen kann. Setzen Sie sich an die vordere Kante des Stuhls. Füße sollten nach vorne zeigen und ungefähr schulterbreit auseinander sein. Umfassen Sie nun die vordere Kante des Stuhls mit beiden Händen. Strecken Sie nun Ihre Ellbogen durch und heben Sie Ihr Gesäß leicht an. Aus dieser Position beugen Sie Ellbogen und gehen mit dem Gesäß nach unten. Aus dieser Position drücken Sie sich wieder nach oben, bis die Ellbogen fast komplett durchgestreckt sind. Achten Sie hierbei darauf, dass der Oberkörper aufrecht bleibt und die Schultern aktiv nach hinten gezogen werden. Sollte dies zu einfach sein, können Sie die Beine auch ausstrecken. Wiederholen Sie dies bis zur Ermüdung. Aus dieser Position klangen Sie an, also mechanism Amen. Aus dieser Position vor geht. Untertitel ist grated. Aus dieser Position vor Boluber und es arbeite ist ein如 원 aus dem, Aus diesemígen Aus dieser Position geeb sh Internal fühle sich dir bei uns ganz важно. Aus der Position des Zwoens Pues außer地 중. Aus dieser Position durch stiffen Höbe wird es andersわig. Aus dieser Position aus deragger Queen ¡Handense zusi-unt! Aus der Position ... Aus dieser Positionส究 Turkey! Vielen Dank.